Hier ist unser Schirm. Wir liegen jetzt hier am Strand. Hier hinten ist dann der Schluss. Hier gibt es was zu essen, was zu trinken. Und hier kann man schön liegen. Raumhaft schön. Ich bin der Hubert. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, unten auf die Fenster drücken, dann seht ihr meine weiteren Videos. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinen Videos. Und einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ciao.